Einmal die Welt nicht untergeht, Mensch, ja, da war ich schlecht. Vier kleine Jäger, meist der Fall der Bundeswehr. Sie tranken um die Wetter, der Besten gibt sich mehr. Drei kleine Jäger, meist der Rennen ins Vokal. Dort ganz versteht's ne Bohne und seit's ne Kinder war. Drei kleine Jäger, meist der Fall der Nummer 2. Ein freis ist... Ha, ha, ha. Einmal für alle, alles für alle. Wenn einer bochtet, der wird den gleich weit. Einmal ist ne Sehre, Herr in den Schicht. So geht's im Leben nur rein. Einmal muss jeder heben und wenn dein Herz gewinnt. Dass die Welt nicht untergeht, Mensch, ja, da war ich. Alle auf der Lage, alle Freude. Wenn einer bochtet, der wird den gleich weit. Einmal zu zählen, Herr in den Schicht. So geht's im Leben nur rein. Einmal muss jeder heben und wenn dein Herz gewinnt. Dass die Welt nicht untergeht, Mensch, ja, ja, da war ich. Dieses Lied hier haben wir schon tierisch lang nicht mehr gespielt. Auch nicht gepoppt, ist auch scheißegal. Wir denken, es ist das Richtige im richtigen Moment. Es ist von einem der verrücktesten Chaoten geschrieben worden, den wir je getroffen haben. Wohnt in einem Wohnwagen in Frankreich, der Mann mittlerweile. Mein Name ist Freckless Arik und du siehst du hast whole wide world. Wohnt in Frankreich, der Mann in Frankreich, der Mann in Frankreich, Wohnt in Frankreich, der Mann in Frankreich, der Mann in Frankreich, Wohnt in Frankreich, der Mann 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 in Frankreich, Wohnt 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 in Frankreich, Untertitelung. BR 2018 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 Ein Lied geschrieben von Chefideologe Kudel von Holst. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe mit diesem Scheißlied nichts zu tun. Ich distanziere mich, okay? Aber gebt diesem Lied trotzdem eine Chance, denn unser junges Talent ist sehr sensibel. Was man an diesem Liedchen auch hören kann. Musik. 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 Das war's für heute. Oh, das war ich, das war ich, das war ich Hey! Bis bald! Ciao! Danke! Die SWF 3 Lifetime mit den Toten Hosen. Ein Mitschnitt vom Konzert in Karlsruhe am 11. Mai 96.